In diesem Video geht es um die besten Passwortmanager. Der Qualitätssieger in unserem Passwortmanager-Test geht an den IDEN Smart ID50. Der ID50 ist ein Hardware-verschlüsselter USB-Stick, der sich ihre Passwörter merkt. Sicher und 128-Bits AES verschlüsselt. Diese Datenverschlüsselungs- und Sicherheitstechniken werden auch von Banken, Regierungen und Versicherungen zum Schutz der sensiblen Daten benutzt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik fordert sichere Passwörter, die schwer zu merken sind und oft den Einsatz von Passwortcontainern erforderlich machen. Der ID50 schützt Ihre sensiblen Daten einfach und sicher. Ihre Passwörter werden durch eine speziell verschlüsselte Hardware geschützt. Wird von einem unberechtigtem Nutzer viermal eine falsche PIN eingegeben, sperrt der Krypto-Chip alle Ihre sensiblen Informationen. ID50 in den USB-Port stecken. Plug-in herunterladen und installieren. Definieren Sie Ihren eigenen PIN und der ID50 speichert alle Passwörter Ihrer aufgerufenen Webseiten. Nach erfolgter Speicherung des Benutzernamens und Passwörter für Ihre Webseiten fügt der ID50 diese Angaben automatisch ein, sobald Sie diese Webseite erneut aufrufen. Kein Grübeln oder Suchen, der ID50 erledigt dies für Sie. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kaspersky Password Manager. Sichere Speicherung von Kennwörtern in verschlüsseltem Speicher. Synchronisierung von Kennwörtern auf Computern und Mobilgeräten. Generierung starker Kennwörter auf dem PC für alle Geräte. Zeitsparendes Ausfüllen von Online-Formularen auf PC oder Mac. Kaspersky Password Manager speichert Kennwörter sicher und synchronisiert sie auf Geräten wie PC, Mac, Smartphones, Tablet mit Android, iPhones und iPads. Sie merken sich ein Master-Kennwort beim Zugriff auf Web-Content oder Apps fügt Kaspersky Password Manager automatisch die benötigten einzelnen Kennwörter ein. Das Programm füllt Online-Formulare automatisch aus und erstellt mit der Kennwortgenerierung automatisch starke Kennwörter. Sichere Speicherung von Kennwörtern in verschlüsseltem Speicher. Synchronisierung von Kennwörtern auf Computern und Mobilgeräten. Vereinfachte Anmeldung bei Webseiten und Apps. Generierung starker Kennwörter auf dem PC für alle Geräte. Zeitsparendes Ausfüllen von Online-Formularen auf PC oder Mac. Zentrale Verwaltung durch benutzerfreundliches Webportal. Schutz für unbegrenzte Gerätezahl für ein Jahr. Manche Funktionen sind nicht auf allen unterstützten Plattformen verfügbar. Kennwörter werden auf ihrem PC generiert und können danach auf allen unterstützten Geräten genutzt werden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Passwort-Manager-Test ist das NIGMA-Passwortbuch. Willst du dich besser organisieren? Dann fange doch bei deinen bestimmt immer mehr werdenden Login-Daten an. In dem handlichen Booklet mit 44 Seiten, finden bis zu 170 Login-Daten Platz. Es passt in jede Handtasche und man hat es immer dabei. Endlich Schluss mit den Klebezetteln und Notizzetteln auf dem Schreibtisch. Organisiert durch den Alltag zu gehen spart Zeit und Nerven endlich Zeit für die wichtigen Dinge. Es ist Platz für die Website, den Benutzernamen und das Passwort sowie für Hinweise beispielsweise für Sicherheitsabfrage oder ähnliches. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.